Sehr spannend, was die Märkte da gerade fabrizieren. Sehr zerrissen das Bild. Wenn wir hier auf den YM schauen, ihr seht das kürzlich hier oben, das ist der E-Mini-DAO-Future in dem Fall. Dann sehen wir, hey Leute, alles super, lasst mal kaufen. Die Kurse weiterhin aufwärts unterwegs. Wir sehen, da ist überhaupt nichts Negatives zu erkennen. Wir hatten hier gestern schon eine Kerze mit dem Tail. Sieht aus wie ein Hammer. Der Kurs kam aber von unten und ist deshalb eher etwas, was man als Hanging Man bezeichnet. Na gut, müssen wir nicht jetzt vertiefen. Auf jeden Fall nichts, was so richtig stark auf die Abwärtsseite deutet. Und der Markt hat es heute ja schon bewiesen. Nein. Abwärts? Nein. Da haben wir nichts mehr zu tun. Die Fraktion kennen wir nicht. Der Dow Jones also weiterhin auf dem Weg nach oben. Eigentlich, wir hatten diese Zone eingezeichnet, gar nicht so sehr für den aktuellen Verlauf, sondern eigentlich mehr als Zielrichtung für diesen Anstieg hier. Das ist aber schon ein paar Tage her. 4. November, das Hoch hatten wir dann am 11. November. Zwischen. Der Kurs da wieder da oben. Theoretisch könnte man mal so langsam, aber sicher aufräumen. Machen wir mal alles weg und gucken uns das nackig an. Ja, wo stehen wir denn da? Das ist eine Frage, ich habe den ein oder anderen Wunsch gesehen, mach mal bei Elje-Technik hier rein. Ich versuche es ja immer sehr simpel zu machen. Ich muss sagen, für uns in dem Handel versuchen wir es auch runterzubrechen auf das Einfachste. Das funktioniert häufig am besten. Aber man würde sich ja wünschen, Mensch, zähle das Ganze doch mal. Ich habe es ja häufiger mal erwähnt hier im Tageschart. Das ist so ein 5-Fäller ja gerne in die Hauptrichtung. Die stärkste Abwärtsbewegung war die, die größte jetzt. Danach waren alles irgendwie kleiner. Oder ist das diese hier, das Pandor dazu? Ja, dann wäre das hier vielleicht ein Anstieg. Ja, möglicherweise müssen wir es tatsächlich sogar so auffassen. Irgendwie weiß man noch nicht so ganz genau, wo das Ei hinzulegen ist. Dann wäre das immer noch eine Chance, dass das wieder nach dieser Pause hier die erste hoch ist, die zweite runter und wir jetzt in der dritten sind. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Tatsächlich muss man sagen, da gibt es viele Varianten, wie man das Ding zählen kann. Das wirft man ja häufig den Elliott-Freunden vor. Nein, das kannst du ja so oder so oder so zählen. Ja, das ist richtig. Alles, was gilt, was den Regeln entspricht, wären gültige Zählungen. Und dementsprechend dann noch gar nicht so sehr von der Hand zu weisen als Idee. Aber wir sehen, dass wir aktuell so stark nach oben sind. Was soll ich da von der Short-Seite großartig reden? Solange die Abwärtszeiten, wir sehen das hier im 5-Minuten-Chart. Also alles das, was ihr hier so seht in den letzten Tagen, ja, auch da waren die Abwärtszeiten, das ist halt dreiwellig. Und dreiwellig ist eher nicht das Zeichen für die Abwärtsseite. Auch das ist, also für eine starke Abwärtsseite, auch das hier im Moment nochmal was. Das wird aber jetzt spannend, ob das durchhält oder ob der Markt jetzt endlich mal, das wäre gar nicht so von der Hand zu weisen, das Ding hier beendet. Vielleicht beendet ihr euch noch, wir hatten einen 4-Stunden-Chart. Ich mach das mal groß. Also wir gucken nur diesen Anstieg an hier. Da, seitdem haben wir hier unten. Das gucken wir uns jetzt mal im 4-Stunden-Chart an. Und da hatten wir noch drüber gesprochen, also wir brauchten noch ein Pandor zu dieser Korrektur. Denn die, die wir hier hatten, die war zu klein, die war auch wahrscheinlich, ja, so groß unterschiedlich ist es nicht. Aber hier haben wir jetzt unseren Gegner gefunden. Das heißt, es besteht aus meiner Sicht der Verdacht, dass seit diesem Ding, das war das Tief, was wir eben angesprochen hatten, oben im, also hier in dem Chart, den wir da oben hatten eben, starke Aufwärtsbewegung, Pause. Erste hoch, zweite runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünffällig hoch, dritte damit fertig. Vierte wäre das hier und wir sind jetzt in der fünften. Das halte ich für gar nicht so abwegig. Das würde bedeuten, dass wir so langsam, aber sicher uns darauf vorbereiten müssen, dass der Kurs mal wieder eine Pause braucht. Ob das dann wirklich massiv nach unten geht? Weiß ich noch nicht so richtig. Weiß ich gar nicht, ob ich das so toll finde. Oder ob es nur hier in die Mitte wieder reingeht, à la Fibonacci. Ich bin mir da nicht sicher, weil ich, das Blöde ist hier, die Zählung nicht so eindeutig ist. Aber mit einer Sache bin ich mir wieder sicher. Wenn diese Bewegung so aussieht, dann bin ich mir relativ sicher, wird das hier ein Ende finden, wenn es je korrektiver es ist. Und wir haben dann eine Chance, an der Stelle oder mit Umkehrkerze nochmal die Longseite zu spielen. Ich bin mir aber auch sicher, wenn er, machen wir Fibonacci wieder hin, wenn er in diese Zone, ich mache das ja häufig mit diesem Blau oder mit der Kiste hier, dass man das so erkennen kann, 38, 50, 61, wenn er da hingeht, aber eben nicht wackelig, wie ich es eben gezeichnet habe, sondern relativ stark, vielleicht sogar noch reingeht, 50er Marke, dann bin ich der Meinung, ab dann ist die Abwärtsseite, also eine Fortsetzung nach unten, vielleicht eine Pause, aber eine Fortsetzung nach unten, eine größere, sehr realistisch. Das heißt, im Moment wäre jetzt mal so die Quintessenz beim Dow Jones, würde ich mich mal darauf vorbereiten, dass der sich da mal einmal im Kreis dreht. Okay, kann er ja machen, einmal umdrehen, dann den nächsten Schub nach unten in diese Zone rein, würde das Türchen nach unten eröffnen. Wenn er hier runter geht, die sogenannte 300-Grad-Wende, wenn er hier nach unten wackelig läuft, nicht immer alles ernst nehmen, was ich sage, nach unten wackelig läuft, in diese Korrekturzone, dann ist er A in der Korrekturzone, zweitens korrektiv und dann, denke ich, sind die Chancen für mindestens nochmal Fortsetzung einfach größer. Also, warm anziehen, naja, so schlimm ist es noch nicht, aber bereitet euch darauf vor, dass dieser Rücksetzer erfolgt. Wer da jetzt long drin ist und sich überlegt, wie könnten wir denn da mal nachziehen, Stops, vielleicht ein super Trend. Ihr seht, das sind diese grünen Punkte hier im 4-Stunden-Chart, dann ist man einigermaßen in der Nähe der Höhe. Wenn er dann anfängt, blöd zu kommen, fliegt man raus. Vielleicht sogar noch interessanter, der Parabolik. Da wäre man zwar schon rausgeflogen, also das muss man sich immer überlegen, nach der vierten Welle natürlich. Es macht ja keinen Sinn, dass man die vierte dann rausfliegt und bei der fünften dann nicht mit dabei ist. So, wir sind jetzt in der fünften, das heißt jetzt dann nicht auf den Supertrend, sondern auf den Parabolik. Wenn der noch weiterläuft, werden auch diese Punkte weiter hochgehen. Dann ist gut, dann bleibt man nur mit am Ball, so ähnlich wie hier. Wenn der Kurs aber dann wirklich umdreht, dann fliegt man hier raus, freut sich über den Gewinn, den man hier gemacht hat, irgendwo bei einer Korrektur eingestiegen ist und kann dann gucken, ob das abwärts impulsiv oder doch korrektiv ist. Warum bin ich gar nicht so sehr begeistert? Naja, es gibt nicht nur den Dow Jones an den Märkten aktuell, der sieht ja wirklich gut aus. Da hat man ja den Eindruck, der kennt ja keinen Halten mehr. Ja, also Party den ganzen Tag. So, aber es gibt die Kollegen von der Tech-Börse, Nasdaq. Und die verhalten sich völlig korrekt aus meiner Sicht, das ist auch für uns nicht so sehr überraschend. Das ist die Zeichnung, die wir ja letztens schon drin hatten. Nämlich, nachdem der Markt hier so blöd hoch ist, denkt immer dran, wie das beim Dow Jones hochgegangen ist. Da konnte man vor lauter Sonnenschein schauen gucken, kaum gucken. Aber das ist hier halt korrektiv nach oben. Also mit Händen zu greifen, dass das korrektiv ist. Und deshalb, ich kann es nicht wissen, aber die Chance, dass der Kurs hier runter geht nochmal, scheint relativ deutlich. Also sprich, dass wir die Bewegung, die wir hier vorne hatten, da hinten nochmal bekommen. Ein möglicher Trigger wäre das Tief hier von 22. morgens irgendwann. Bitte prüft das nochmal bei euch mit dem Kurs, aber ungefähr bei 690, 20.690, das Ganze beim Future. Aber bitte notfalls nochmal genau gucken, was der Wert ist, insbesondere wenn ihr mit dem CFD seid. Aber so viele Tiefs wird um 8 Uhr am 22. gab es da nicht, also vor einer Woche. Das lässt sich wahrscheinlich relativ leicht finden. Verdacht also, dass auch gerade diese beschleunigte Abwärtsseite uns hier mindestens für die Nasdaq-Titel, also das ist der Nasdaq 100, hier NQ also als Hinweis für den Future, dass das uns nochmal die gleiche Länge bringt. Die gleiche Länge, die landet ungefähr dann hier bei 120 in etwa. Ich habe mal gesagt, eigentlich wäre dieses Tief nochmal, aber das ist so ähnlich. Also ich sage mal, Nähe 20.000 sollte man so halbwegs im Blick haben, dass es da nochmal hingehen kann. Und das passt jetzt gar nicht zum Dow Jones, es sei denn, der Dow Jones macht jetzt eben nicht nur so einen kleinen Ausflug nach unten, sondern nutzt die Zeit. Naja, egal wie, ob er eben wackelig geht oder ob er stark geht, aber eben relativ realistisch, dass da auch mein kleines Päuschen ist. Also ich halte das alles andere als abwegig. Wer die Abwärtsseite handeln will, aber nicht diesen Einstieg wählen mag, der kann natürlich gucken, ob wir irgendwelche Gegenbewegungen haben. Gegenbewegung ist etwas, was gegen den Markt läuft, zum Beispiel das, und klassischerweise Gegenbewegung, was dreiwellig ist. Das immer mal so merken, sprich, wenn ihr, der ist ja schon vorbei, aber wenn ihr hier jetzt seht, dass der Kurs das macht, setzt das hier fort, dann ist die Chance, dass es abwärts geht, relativ groß. Alternative ist, wenn er das Ganze sogar mehrfach wackelnd macht, naja, Korrektiv halt, wie wir das hier immer wieder besprechen, das ist sehr realistisch. Also, Erwartung, Erste runter oder A runter, Zweite hoch oder B hoch, jetzt kommt die Dritte runter oder die C. Warum mache ich A oder Buchstaben oder Ziffern? Wenn es eine A, B, C ist, dann ist es hier möglicherweise schon zu Ende. Ich halte es nicht für ganz ausgeschlossen, dass der Kurs einfach nur bis hierhin geht und anschließend nochmal weiter nach oben geht. Aber ihr seht, im Tagesschart habe ich ja dieses komische Ding hier gezeichnet. Ich halte es auch für realistisch, dass der Kurs sogar weiterfällt und dass wir hier vielleicht sogar was Größeres bekommen. Zu Weihnachten, Jahresendreddich, schon mal gehört, Rüdiger? Ja, schon, halte ich für realistisch, aber sie halten sich nicht dran, die Marktteilnehmer. Denkt immer dran, es geht nicht darum, was ich will, es geht nicht darum, was typisch ist. Letztlich zählt, was die Marktteilnehmer daraus machen. Und jetzt entscheidet ihr, ob die nach Kauflaune aussehen oder nicht. Ja, könnt ihr ja selber entscheiden, wie das aussieht. Und klassisch sind halt diese Verhaltensmuster. Das wird aber erst hier entschieden. Also ich gebe es noch nicht ganz auf, wenn es eine A, B, C ist. Also Korrekturen sagt man immer mit den Buchstaben. Dann ist hier irgendwo Ende. Und dann haben wir eine realistische Chance, dass danach nicht nur so ein Pinnockel, sondern dass es dann richtig hoch geht. Wenn das mit Zahlen ist, das ist natürlich schlecht argumentiert. Die Zahlen wissen wir ja erst im Nachhinein, ob das das oder das ist. Aber entschieden wird das an der Stelle, dann wäre das hier quasi nochmal eine Fortsetzung nach unten. Also das ist Wahrsagerei, wenn man das jetzt sagt. Da kann man sagen, ja, aber Argumente dafür oder dagegen, ja, keine Frage. Aber die Entscheidung fällen die Marktteilnehmer und niemand anders an der Stelle. Der S&P ist einigermaßen ähnlich drauf, aber nicht ganz. Also der hat sich noch nicht so richtig festgeschrieben. Klar, der ist ja ein Gemisch aus allem. Diese Aufwärtsseite sieht korrektiv aus. Er ist aber sehr hoch. Wir erinnern uns, Nasdaq ist deutlich tiefer gewesen. Der ist jetzt ja fast auf der Höhe. Jetzt macht er aber das ähnlich mit, was der Nasdaq macht. Allerdings auch wieder ganz schön korrektiv. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich davon halten soll. Was meinten ihr? Also ich sage mal so, wenn er hier drüber geht, über die Hochs, die wir heute um 14.30 Uhr hatten. Heute gab es ja die ein oder andere Information. Wir hatten BIP-Zahlen, also Bruttoinlandsproduktzahlen. Die waren gar nicht so schlecht. Dann hatten wir um 16.00 Uhr allerdings sehr negative Zahlen, was das Verbrauchervertrauen angeht. Also irgendwie alles noch nicht so richtig der Bringer, wenn man sich das anschaut in der Summe. Aber naja, wir werden jetzt sehen, wie er darauf reagiert. Wenn er diese Marke durchstößt, dann bin ich davon überzeugt, kriegen wir auch nochmal das. Und wenn wir das kriegen, dann holt er sich das hoch natürlich auch noch. Also das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Für die Kurzfristigeren unter euch, Schub hoch, wackelig runter, wäre hier eine Möglichkeit, eben die Longseite da nochmal zu spielen. Wir dürfen nicht vergessen, heute ist quasi Freitag. Naja, so schlimm ist es noch nicht. Es ist noch Mittwoch, aber morgen ist trotzdem zu. Morgen ist Thanksgiving. Das heißt, viele Markteilnehmer sagen dann, naja, da fahre ich zur Familie. Da machen wir erstmal nichts. Und dementsprechend am morgigen Donnerstag kein Handel. Am Freitag ist so ein bisschen Handel. Zwar sind die Future-Märkte typischerweise ja immer noch so ein bisschen in Bewegung, aber die Aktienbörse ist zu. Das heißt, alles, was da stattfindet, findet unter Ausschluss der Masse der Marktteilnehmer statt. Die müssen sich dann am Freitag so ein bisschen, aber voraussichtlich am Montag dann drum kloppen, wie sie die Nachrichten über das Wochenende, über das lange Wochenende dann auffassen und ob das dann vielleicht doch noch für eine Wende gut ist. Im Moment sieht es zumindest mal erstmal nicht so Burner-mäßig aus. Käme dieses Bild hier, dann ist das allerdings relativ klar. Viele schimpfen immer, ja, wenn das passiert, dann passiert das. Ja, genau so ist das. Das Schöne ist doch, das hilft doch. Viele sagen dann immer, ja, hetze, tete oder nee, das ist es ja nicht mal. Ich sage immer, wenn, 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 wenn. Ja, wenn die Ampel rot ist, halte ich an. Wenn die Ampel grün ist, fahre ich los. Das ist relativ einfach. Ich weiß nicht, ob sie rot oder grün ist, aber ich sehe es ja, ob sie rot oder grün ist. Ja, wenn wir das denn kriegen, dann weiß ich, ist das ein klassisches Long-Setup. Wackelt der Markt wackelig nur hoch, kann ich das auch erkennen, dann weiß ich. Das sind weitere Short-Setups, dann in der Folge quasi zum Dow Jones. Ich bin mir aber hier, was sie zieht, Entschuldigung, zum Nasdaq. Ich bin mir hier noch nicht so sicher, was das hier sein soll. Es ist korrektiver. Die war stark. Wird es jetzt tatsächlich das, so eine Anlehnung an das, was wir beim Nasdaq hatten? Das Schöne ist, jetzt haben wir Feiertage, man muss sich jetzt da noch nicht festlegen. Ich würde mich hier drauf konzentrieren, was er jetzt hier macht, wie ich es eben besprochen habe und im Zweifelsfall dann gucken, okay, was machen wir dann am Montag wieder. Ja, also vorher ist da nicht wirklich irgendwas zu erwarten. So, dann haben wir den Russell 2000 und wenn ich doch schon vom Montag rede, am morgigen Tag, können wir das auch noch gleich unterbringen, gibt es kein Video. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn, wäre mir auch nicht möglich. Ich bin morgen wieder unterwegs nach Fernost. Ab nächste Woche gibt es dann wieder aus Tokio dann die entsprechenden Nachrichten. Das heißt, morgen kein Video, kein Update, denn morgen wird der Markt so dünn sein. Das ist wahrscheinlich auch nicht schlimm. Am Freitag ist es noch nicht ganz sicher, ob ich ein kurzes Video zumindest mal zum DAX mache. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber am Montag geht es dann ganz richtig und normal dann an der Stelle weiter. So, aber jetzt erst nochmal der Russell. Der ist ja noch der positivste von allen, wenn man den Eindruck hat, denn irgendwie, das sieht alles, wenn ich mir das angucke, eher korrektiv aus. Guckt mal hier, die Abwärtsseite. Das ist ja, das was, ich habe hier immer vier Charts, das ist euch inzwischen auch aufgefallen. So, drei wähle ich runter. Drei wähle ich ist kein gutes Zeichen, ist korrektiv. Also ist ja nicht schlimm, aber wissen wir, das ist nicht die Haupttrendrichtung. Drei wähle ich nach oben. Okay, also auch nicht impulsiv, dafür habe ich zu viele Überschneidungen hier, das passt nicht. Das heißt, der Verdacht ist, na, wir gehen hier auch nochmal runter. Also mindestens irgendwie so. Nochmal einmal tiefer, würde mich hier überhaupt nicht wundern. Irgendwie so Trendkanal-mäßig so. Das Spannende ist, ist das dann die vierte Welle und soll das dann die zweite sein? Dann hätten wir eine erste, eine zweite, ein, zwei, drei, vier, fünf, vierte und danach nochmal die fünfte hinten dran. Ja, denkbar. Ich halte das nicht für so abwegig. Aber im Moment erstmal, für die nächsten Stunden, glaube ich, ist die Abwärtsseite die bessere. Es scheint sich durchzusetzen, dass die Abwärtsseite recht realistisch vorne liegt. Wenn ich mir das so angucke, dann erschleicht sich zumindest mal der Eindruck dessen. Was macht der DAX? Der Dow Jones sei schon der DAX. Der gefällt mir super und der gefällt mir gar nicht. Was gefällt mir gut? Was mir gut gefällt ist, die Abwärtsseite nach wie vor natürlich korrektiv. Das ist jetzt der DAX Future. Korrektiv, falsche Richtung. Ich glaube also an das Gute, das Bullische im Markt. Wenn ich mir jetzt aber diesen Anstieg angucke, den wir hier hinten schon hatten, das gucken wir jetzt hier im 4-Stunden-Chart hier an, also da, das was wir da im Kringel haben, das ist das. Wenn ich mir das angucke, gefällt mir das teilweise gut. Schub hoch, dreiwellig runter, das ist ja der Klassiker. Aber wir sehen, wir haben viele Überschneidungen und die sind alle überlappend. Das heißt, bisher ist die Aufwärtsseite sehr im Verdacht korrektiv zu sein. Also auch hier der Verdacht, das ist es noch nicht und wir gehen weiter runter. Die gute Nachricht, das ist noch nicht wirklich ein Drama, denn selbst wenn er jetzt noch mal runter käme, es wäre ja immer noch so halbwegs in diesem Korrekturmuster, dann geht er halt noch mal tiefer als die letzten Tiefs, die wir hier anfangen, nee Mitte November hatten. Meine Güte, ist immer noch im Trendkanal und dann können wir dann ausgehend von diesem Anstieg nach der Pause dann ernsthaft über die Longseite wieder nachdenken. Also da bin ich ein Teilzeitbär. Ja, das ist noch so ein offener Punkt, dass das eigentlich noch abgearbeitet werden sollte. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann sagt, ja komm, jetzt ist Black Friday, ist dann auch rum. Wollen wir nicht so langsam, aber sicher loslegen. Also noch mal ein paar Stunden, paar Tage, vielleicht noch mal abwärts hier und dass wir dann in der nächsten Woche dann irgendwann die Kurve kriegen und da nach oben gehen. Unter der Voraussetzung, dass die Marken dann entsprechend für eine Umkehr genutzt werden. Das werden wir uns natürlich angucken. Und die Amerikaner bis dahin nicht komplett versumpfen. So, ich hoffe, dass ihr nicht versumpft, trotz Feiertage, trotz keine Videos von meiner Seite. Ganz sicher morgen nicht, am Donnerstag. Eventuell, ich mag es noch nicht versprechen, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wie am Freitag meine Planung ist nach der Ankunft. Aber wenn es mir gelingt, mache ich ein kurzes wenigstens zu der Situation. Ansonsten ab Montag dann aber wieder gesichert, solange der Flieger nicht abstürzt, wird es dann von mir wieder neue Nachrichten geben an dieser Stelle zu den Indizes mit dem neuesten Update. So, wer noch mehr heute hören will, der ist eingeladen, mit mir heute Abend um 18.30 Uhr in der Born Akademie mit dabei zu sein. Wir werden uns da natürlich noch mal tiefer gehend mit der Situation beschäftigen, tiefer als wir das jetzt hier können. Gold auch noch mal angucken, sehr spannender Titel. Und noch das eine oder andere, ihr dürft euch da auch was wünschen. Also, wenn ihr Lust habt, seid ihr mit dabei. Hier jetzt am Ende gebe ich noch mal den Link. Wer es gar nicht findet, der sucht einfach bei YouTube Born Akademie. So viele gibt es da nicht. Also, da müsst ihr nun auf das Datum gucken, dass ihr auch den heutigen Termin dann bekommt. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße und toi, toi, toi an den Märkten.